Musik Kaffee Ausgesetzt werden dann natürlich viele. Zippo Arena mit schönen Kapper. Sie sehen, das Feld ist seit ein paar Monaten auf. Macht einen Riesenspaß und kann ich nur empfehlen. Können ja mal die Leute hier fragen. Wie hat es euch gefallen? Ein bisschen mehr Begeisterung, bitte. Ne, eine feine Sache. Paintball in München Gladbach. Ja, danke. Bitteschön. Ja, danke. Und die Hütte sehen, du bist nicht so ganz klar. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Und, wie war das heute? Sehr gut. Ja, das Wetter spielt auch ein bisschen mit. Muss ja auch ein bisschen Schlamm sein, ne? Muss ja auch ein bisschen Schlamm sein. Ja! Ja! Heute ist der erste Tag hier. Erstmal gespielt, muss ich sagen, großartig, großes Lob, ich werde hier öfter sein. Currywurst ist spitze, schön scharf machen, da brennt zweimal. So, danke.